So Leute, da bin ich auch schon wieder zur nächsten Folge Geheimakte 3. Und das ist mir schon fast ein bisschen peinlich, aber ich habe... Oder was heißt peinlich? Ich habe rumprobiert, aufscreen. Habe rausgefunden, wie es weitergeht. Und das ist mir ein bisschen peinlich. Wir wollen... Also es ist ein Schlitz im Bild. Der Schlitz ist nicht, wie ich dachte, so klein in die Schlüssel, sondern er geht einmal quer durchs Bild. Quasi, ne? Und es ist ein Vulkan zu sehen und Wasser. So, Vulkan, warm, also Vulkan, Lava. Deswegen machen wir erstmal die Lavalampe an. So, Wasser, da brauchen wir dann das Aquarium. Und zack! Wow, das ist ja wie bei 007. So langsam drängt sich mir der Verdacht auf, dass Max auf solche Spielchen steht. Und dieser Mechanismus hier übertrifft das Versteck in seiner Wohnung deutlich. Wofür diese unglaubliche Geheimniskrämerei? Also, und Wärme natürlich durch die Klimaanlagen haben wir ja schon. Max hat also versucht, hinter das Geheimnis der Reliefs in der Tempelanlage auf dem Nabelberg zu kommen. Aber warum liegt das alles im Safe? Und wieso wollte Max, dass ich es finde? Oh mein Gott, dieses Zeichen. Das kenn ich. Tatsächlich. Aber das ist absolut unmöglich. Die Säule auf diesem Foto ist 11.000 Jahre alt. Wie kommt das Zeichen darauf? Wollte Max vielleicht deswegen mit mir über meine Träume reden? Was hat das alles zu bedeuten? Ein Moment. Hier im Safe liegt noch ein Handy. Und ich kann mir aber schon denken. Ohne die vierstellige Geheimnummer kann ich es nicht benutzen. Die haben wir ja gefunden in der Schublade. Einige Kombination sein. Ich versuch's mal. Gott sei Dank. Passt. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Keine eingespeicherten Nummern. Keine Nachrichten. Nichts. Hat Max das Handy überhaupt benutzt? Oder hat er alles gelöscht? Aber warum? Eine Nachricht auf der Mailbox. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Max, hier ist Emre. Ich bin immer noch in der Türkei. Die haben die Ausgrabungsstätte auf den Kopf gestellt. Und um ein Haar hätten sie mich erwischt. Angeblich verkaufen wir unsere Funde ins Ausland. Sag mal, look. In Wahrheit geht's um was ganz anderes. Das Volk vom Nabelberg ist nämlich nicht einfach so untergegangen. Du glaubst nicht, was ich entdeckt hab. Du musst sofort herkommen und dir das ansehen. Kein Wunder, dass die uns das Maul stopfen wollen. Wenn rauskommt, dass... Lanet Olsun, sie sind da. Ich muss abhauen. Melde dich. Und Max, pass auf dich auf. Die sind sicher auch hinter dir her. Aber auch ja, dem Jim Olsun. Hm, Türkei. Das war doch Emre Dardouan. Ein Kollege von Max. Was geht da eigentlich vor, verdammt nochmal? Die Schwierigkeiten, in denen Max jetzt steckt, scheinen irgendwie mit seinen Forschungen in der Türkei zusammenzuhängen. Wie auch immer. Im Moment ist das mein einziger Anhaltspunkt. Hier kann ich eh nichts weiter ausrichten. Und wenn's Neuigkeiten zu meiner Vermisstenanzeige gibt, bin ich ja per Handy erreichbar. Also, auf in die Türkei. Alles klar. Sehen ist Notomics. Oh, Beben. Ein Erdbeben. Zum Glück nur ein schwaches. Ah, ich darf wieder. Ich will jetzt einmal schnell gucken. Ne, Sound ist noch gleich. Ich habe immer Angst, dass sich der Sound verstellt. Aber wir können hier gerade nochmal speichern. Vorsichtshalber. So. Schild. Ein Totenkopf sagt mehr als tausend türkische Worte. Das ist wohl wahr. So. Zur Ausgrabungsstätte. Geht's da lang? Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier reinkommen. Die Tür ist verrammelt und versiegelt. Um da reinzukommen, bräuchte ich schon schweres Gerät. Aber dann würde vom Container nicht viel übrig bleiben. Wir können durchs Fenster gucken. Das funktioniert. Der Container dient offensichtlich als Büro und wurde genauso offensichtlich durchsucht. Alle Aktenschränke stehen offen. Der Boden liegt voller Papier. Und von den Computern sind nur noch ein paar Kabel und die Monitore übrig. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Okay. Ein vergittertes Fenster. Ohne Trennschleifer ist da nichts zu machen. Und wahrscheinlich kommst du hier auch nicht rein. Die Polizei oder wer auch immer hier war, hat ganze... Okay. Müll. Müll in... Komm, du nimmst doch bestimmt irgendwas mit aus dem Müll. Die Erfahrung hat mich gelehrt, Müll grundsätzlich zu durchwühlen, weil sich eigentlich immer was brauchbares findet. So sieht's aus. Müll hat Speiche. Für sich gesehen eigentlich nutzlos. Aber da sie im Müll lag, muss sie wichtig sein. Ah, können wir die als Dietrich benutzen? Das versiegelte Schloss lässt sich wohl kaum mit einer Speiche knacken. Auf der Seite vielleicht? Das versiegelte Schloss... Nein. Gut. Dann gehen wir doch mal zur Ausgrabungsstätte. Ohne einen Plan würde ich mich auf diesem Gelände hoffnungslos verlaufen. Ich sollte mich erst mal hier umschauen. Okay. Haben wir vielleicht noch was im Müll ein? Da habe ich schon drin rumgewühlt. Das reicht für heute. Okay. Eine Fahrradspeiche. Kann mir mal einer verraten, warum ich immer so viel Krempel mit mir rumschleppe? Ja, du bist eine MedVenture, deswegen. Geht's hier geradeaus weiter? Nee, ne? Hier durchs Fenster gucken. Der Raum ist vollkommen leer. Allerdings kann man anhand der Umrisse an der Wand erkennen, dass hier wohl mal jede Menge Geräte gestanden haben. Vor dem Fenster ist ein schweres Gitter. Außerdem bezweifle ich, dass sich da drin noch was Verwertbares findet. Okay, wir brauchen irgendwo eine Karte. Vielleicht... Ich gehe nochmal eben zurück. Im Geländewagen. Wozu ein Auto knacken? Ich habe doch schon einen. Schicker Geländewagen. Oh. Der Mietwagen, mit dem ich hergekommen bin. Diese Ausgrabungsstätte ist mein einziger Anhaltspunkt. Ich schaue mich am besten erstmal gründlich um. Okay, da will's also auch nicht hin. Ich dachte, vielleicht hatten wir eine Karte im Auto und sie hat's einfach nur vergessen. Okay, Leute. Lasst mal ganz scharf überlegen. Zur Ausgrabungsstätte will sie nicht, weil... Weil sie eine Karte von der Gegend braucht. Ähm... Wir kommen in die Häuser aber nicht rein, weil die Dinger versiegelt sind. Ein Spalt. Ein Spalt unter der Tür. Da schieben wir doch mal die Hand durch. Ich bekomme meine Hand nicht weit genug unter der Tür hindurch. Okay. Dafür brauchen wir dann wahrscheinlich die Speiche. Vielleicht kann ich mir mit der Speiche irgendwas Brauchbares durch den Türspalt angeln. Na also. Papierschnipsel. Die ich jetzt wahrscheinlich zusammensetzen. Auf einem der Schnipsel steht der Name von Max. Eine Spur? Ich muss sie zusammensetzen. Nehmen Sie die Teile per Linksklick auf und bewegen Sie sie dann zu dem Rotationsknopf. Dort drehen Sie die Teile per Linksklick in 90 Grad. Schritten im Uhrzeigersinn. Bis Sie die gewünschte Ausrichtung haben, legen Sie die Teile dann wieder per Linksklick im Bild ab. Das ist der markanteste Schnipsel und damit ein guter Anhaltspunkt für die anderen Teile. Ah. Ich lasse ihn lieber so liegen. Okay. Verstehe. Okay, das dürfte prinzipiell... jetzt nicht so schwierig werden. Ähm. Ähm. Genau, das kommt da hin. Das kommt da hin. Na. Das da hin. Das passt da rein. Das passt hier. Und das... Das passt da. Ein Fax von Emre an Max mit Handynummer und Forschungsergebnissen. Wenn ich das richtig verstehe, ist die Tempelanlage, die sie hier freilegen, offenbar vor über 10.000 Jahren absichtlich zugeschüttet worden. Komisch. Warum sollte man eine Tempelanlage zuschütten? Aha. Da scheint sich Emre auch gefragt zu haben. Ja. Seine Untersuchung der Sedimentschichten aus jener Zeit deutet auf massive Ernteausfälle hin, aber nur um die Tempelanlage herum. Das Klima schließen die Wissenschaftler als Ursache aus. Dafür waren die Ernteausfälle lokal zu begrenzt. Seltsam. Okay. Ein Fax von Emre an Max? Wenn ich das richtig komme... Aha. Seine Untersuchung. Der holt sich das nochmal. In den Unterlagen stand die Handynummer von Emre. Vielleicht erreiche ich ihn ja. Max? Ja, endlich. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Emre? Emre Darduan? Wer spricht da? Und wie zum Teufel kommen Sie an das Handy meines Freundes? Oh, Verzeihung. Hier ist Nina. Nina Kalenko. Ah. Die Verlobte von Max. Genau. Und wo steckt Max? Max wurde entführt. Was? Ja, direkt vor meinen Augen. Verdammt. Das hat sicher mit unseren Forschungen zu tun. Emre, ich muss alles wissen. Welche Forschungen? Wer hat Max entführt? Das waren wahrscheinlich dieselben Leute, die mich beinahe erwischt hätten. Wir sind da nämlich an der ganz großen Sache dran. Können wir uns treffen? Da sitze ich auf dem Nabelberg unter der Grabungsstätte fest. Es gab vorhin ein Erdbeben, das mir den Weg zurück an die Oberfläche abgeschnitten hat. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin auch hier. Das Erdbeben vorhin habe ich live mitbekommen. Vielleicht kann ich dir helfen. Prima. Aber einfach wird das sicher nicht. Und was soll ich machen? Du kommst nur über den Fahrstuhl in die unterirdischen Bereiche der Tempelanlage. Und den einzigen Schlüssel dafür habe ich. Der Fahrstuhl befindet sich bei Grabungsstelle C. In meinem Geländewagen am Eingang liegt eine Karte der Anlage. Blöde Frage. Wieso fährst du da nicht einfach zu mir nach oben? Ich hatte doch vorhin erwähnt, dass mir der Weg zum Fahrstuhl abgeschnitten wurde. Oben steht ein Bohrer rum. Wenn du ein Loch zu mir bohrst, kann ich dir den Schlüssel übergeben. Und noch eine blöde Frage. Wo um Himmels Willen soll ich denn bohren? Die Anlage hier ist gigantisch. Ich mache mit meinem Handy ein Video von dem Raum hier und schicke es dir. Vielleicht helfen dir ja bestimmte Merkmale beim Identifizieren der richtigen Stelle an der Oberfläche. Auf jeden Fall stinkt es hier ganz schön nach Höhe. Ich schicke die MMS jetzt raus. Hoffentlich kommt sie durch. Mein Akku ist gleich leer. Die MMS ist da, aber ich erreiche Emre nicht mehr. Deswegen sagt er auch, sein Akku ist gleich leer. Ich habe mir den Plan der Ausgrabungsstätte aus Emres Wagen geholt. Sehr gut, muss ich es schon nicht machen. Wollte ich zwar so eh gleich als erstes machen, aber... Die MMS hat mir ein Repair-Handy aus dem Tempelraum geschickt. Okay, ist es bei irgendeinem Baum, schätze ich mal? Eine Pflanze? Ein paar Anhaltspunkte liefert mir das Video ja. Ich muss herausfinden, wo dieser Raum ist und wie ich Emre da rausholen kann. Okay. Fehlgangsgeräusche, Ölgeruch, Geröllhaufen, Motorengeräusche. Wandrelief und Baumwurzeln. Jetzt schauen wir uns erstmal die Ausgrabungsstätte an. Und dann mal gucken, ob wir da... Irgendeinen Anhaltspunkt finden. Na? Okay, ein bisschen Ausgrabungsstätte C, hat er gesagt. Da ist der Fahrstuhl. Das war mir fast klar. Ein hochgewachsener Baum. Ich bin doch kein Eichhörnchen. Der Boden der Grabungsstelle besteht aus glattem Fels. Sieht ziemlich massiv aus. Ob sich darunter die Räume der Tempelanlage befinden, in denen Emre eingeschlossen ist? Mit bloßen Händen durch massiven Felsgraben? Das kann nicht mal ich. Ach, warum nicht? Eine Wasserpfütze. Das Wasser sieht zwar sauber aus, aber trinken sollte ich es besser nicht. Ach, warum denn nicht? Kommt da noch was? Nein. Okay. Jetzt hätte ich aufpassen sollen, weil... Ich jetzt natürlich nicht weiß, wo der scheiß Bohrer liegt. Da ist schon mal eine Pumpe. Eine Dieselpumpe, die leise vor sich hin tuckert. Sie pumpt das eingedrungene Wasser aus der Grabungsstelle. Die Pumpen wurden hier mit Sicherheit nicht zum Spaß installiert. Ich lasse besser die Finger davon. Ja, Leute. Das Spiel ist mir wieder abgekackt. Ich hoffe, das kommt nicht allzu oft vor. So, ähm... Genau, Pumpe. Ölpfütze. Hier läuft Öl aus dem Motor der Pumpe. Nein, danke. Kein Bedarf an einem... Gut. Ähm... Möglich, dass das Öl verschmutzte Wasser durch eine Spalte nach unten gesickert ist und dort diesen penetranten Geruch verbreitet. Aha. Also Öl passt schon mal. Ähm... Kröllhaufen. Das haben wir natürlich nicht. Wandrelief. Wurzeln. Das könnte auf dem Baum passen. Das könnte passen. Die Wurzeln des Baums dürften lang genug sein, um bis zu einer unterirdischen Kammer zu wachsen. Das passt auch. Ein mächtiger Steinpfeiler. Ich stoße hier besser nichts um. Könnte der Geröllhaufen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem Geröllhaufen unten in der... Okay, nein. Motorengeräusch. Ja, das könnte der Motor gewesen sein, den ich auf dem Video gehört habe. Wenn ich mich hier so umschaue, ist das der einzige Ort, der in Frage kommt. Das Pumpengeräusch, die Baumwurzeln und der Ölgeruch. Emre muss direkt unter mir sein. Okay, das haben wir schon mal. Ähm, jetzt schauen wir uns trotzdem um. Ne, das ist... Da sind wir gerade. Genau. Ähm... Weil hier wäre der Baum, aber hier ist keine Pumpe, hier ist nur Wasser, aber kein Öl. Passt nicht. Hier ist der Fahrstuhl, hier ist er runter. So. D. Da haben wir den Bagger. Hier haben wir die Pumpe, aber kein auslaufendes Öl, kein Baum, weil das... Da reichen die Wurzeln nicht. Aber wir haben den Bagger. Äh, den Bohrer. Den brauchen wir. So. Da haben wir... Nur die Pumpe. Rote Erde. Hier ist weiter nichts... Nichts Wichtiges zumindest. Bei A... Da haben wir auch wieder Öl, Pumpe, aber kein Baum. Also war mein erster Instinkt mit E richtig. Sonst brauchen wir nur noch den Bagger. Ein robuster Gesteinsbohrer mit Benzinmotor. Ich bin ja ziemlich leidensfähig, was die Schlepperei betrifft. Aber der Bohrer ist mir eindeutig zu schwer. Sollte ich ihn brauchen, weiß ich ja, wo er steht. Ach du Pfeife, wir wissen doch schon, wo wir bohren müssen. Hier bohren wir. Direkt in der Felsspalte. Okay, hier bin ich richtig. Ich hol den Bohrer und versuche ein Loch ins Gestein zu bohren. Vielleicht schaffe ich es so zu, Emre durchzustoßen. Ja, machen wir das. Eine halbe Stunde später. Hey, Nina, tolle Leistung. Eine meiner leichtesten Übungen. Max hat also nicht übertrieben. Wirklich eine patente Person. Ich hoffe für ihn, dass das nicht sein einziges Kompliment war. Dann mal her mit dem Schlüssel. So einfach ist das leider nicht. Der Schlüssel passt zwar durchs Loch, aber ich kann ihn nicht bis zu dir nach oben schieben. Das sind schon ein paar Meter. Alles klar, ich lasse mir was einfallen. Okay. Die Speiche ist zu kurz. Gut, wir brauchen jetzt irgendwas. Das Ding hat wirklich ganze Arbeit geleistet und ein handbreites Loch in die massive Gesteinsplatte gebohrt. Ich lasse ihn jetzt besser hier stehen. Okay. Damit fangen wir nichts an. Ich werde jetzt hier nur schnell speichern. Nur für den Fall, dass mir das Spiel wieder abgekackt. Ich würde jetzt sagen, wir fangen einfach mal hier an und suchen hier alles ab, wa? Da gibt's nichts zu entdecken. Ein kleiner Busch? Geht's da lang? Nein. Dann nehme ich an, dass es hier auch nicht lang geht. Die Leiter hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Pumpe nimmt sie eh nicht mit. Pfeile, rote Erde. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Ich nehme etwas von der losen, trockenen Erde mit. Ich brauche vorerst... Die Erde hier am Boden ist rot. Sieht aus wie auf einem Tennisplatz. Okay. Vielleicht... Ich weiß nicht... Nee, halt. Ob das was bringt, aber... Nee, natürlich nicht. Das Wasser sieht zwar sein, Okay. Oder... Warte mal... Achso, nee. Ich wollte jetzt hier das nass machen, da dran pappen, dann durchführen, dass er das dran kleben kann. Aber das klappt ja nicht. Das ist ja zu... Nein, danke. Kurz die Stange. Was soll ich damit? Na, runterschieben in die Spalte? Ich muss den Schlüssel für den Aufzug irgendwie nach oben bekommen. Gut. Ich als alter Rätselfuchs kriege ich das natürlich raus. Ich bin doch kein Eichhörnchen. Ein hochgewachsener Baum. Die Frage ist jetzt nur... Die Frage ist jetzt nur... Wie? Das ist der Eingang. Hier geht's auch nicht hin. Gut. Nochmal systematisch. D. Haben wir hier irgendwas, was der Bagger vielleicht hinterlassen hat? Ein kleiner Busch? Da gibt's nichts zu entdecken. Gut. Ich stoße hier besser nichts um. Okay. Das nimmst du bestimmt auch nicht mit. So, haben wir weiter hier nichts. Okay. B war... Da haben wir die Erde her. Aber... Ich stoße hier besser nichts um. Mehr. Scheint es hier auch nicht zu geben. Den kann ich nicht bewegen. Das ist mir fast klar. Aber irgendwas muss ich mit... Warte mal. Vielleicht... Da habe ich schon drin rumgewühlt. Das reicht für heute. Komplett. Na gut.